Willkommen zurück bei Ashen Dancy. Ich wünsche weiterhin viel Spaß bei dem Projekt und übergebe an meinen Vergangenheits-Ich, welches dieses da gerade spielt. Ein Schiff ist da, okay. Ein Schiff? Viele Schiffe. Oh, die haben gute Waffen. Das mag mir nicht gefallen. Kann ich jetzt das Schild versuchen, den Trick einzuwenden? Ist das Schild jetzt weg? Ja, hier unten war es. Gucke hier. Das Schild wird nicht angegriffen. Ich baue hier unten eins hin. Platz 1 Vorspulen. Greifen an. Das Schild ist weg. Das kann ich jetzt jedes einzige Mal so machen. Wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder, wenn ich da ein bisschen was gerissen habe. So, weiter geht hier der Krieg. Erstmal so, Schild ist gesetzt. Huch. Achso, der wird noch gebaut. Warum ist der so weit? Da steht ja nicht mehr, dass ein Tag verbleibt. Ist der schon fertig? Der ist fertig. Hammer, wir haben den fertig gebaut gekriegt. Ja. Cool. Können wir auch nichts mehr bauen jetzt. Müssen wir warten, bis einer zerstört wird. Ne, noch nicht. Schaffen die das noch? Nein. Schaffen wir es jetzt? Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und dann warten wir mal, bis die sich ausgefeuert haben. Und ich denke, wir sehen uns gleich am nächsten Tag wieder. Weil das ganze Klicken, das wäre... Ist zwar unfair. Ist aber ein Bug vom Spiel, den ich einfach mal eiskalt ausnutze gegen drei Raumschiffe. Hallo. Boom. Da gelingt uns die Rache. Und sind die nah genug dran? Ja. Boom. Ich soll auch dreimal schießen auf den da oben. Und dann ist der auch finito. Beziehungsweise, kann er noch angreifen? Nein. Dann können wir den nächsten Tag starten. Discordia, Liberti. Wo ist war? Rebolon. Nach Discordia müssen. War okay. Aber erstmal hier, den One. Der hat ja noch die anderen Waffen. Den können wir hier umbauen lassen. Hat der gerade eine Aktion? Ja, aber sechs Tage. Dann können wir wieder. Algol hat ein Schild, was gebaut wird. Nicht so wild. Feuerfrei. Bang, bang. Jetzt bin ich mal ein bisschen... So, jetzt... Achso, der kann doch einmal schießen. Ja, Vorteil für mich. Jetzt muss ich aber auch ein Bauprojekt wieder wählen. Und zwar ein Habitat. Weil ich kann nicht mehr gleich mehr so viel machen. Auf dem Planeten welchen Zubau. Genau wie hier. Ich habe noch nicht den Forschungsdurchbruch. Refit. Okay, das Invasionsmodul hier. Den bauen wir Industrielle Megafabrik. Wir können, weiß ich nicht, Freude uns Gusto Pussekuchen bauen. So, der geht nach unten. Stimmt, die Kableonen einnehmen. Hier machen wir das Schiff noch kaputt. Der dritte Schuss ist tödlich. Tan, 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 tan. Habitat, 20 Tage. Unser Schiff ist da. Das nächste kommt dort. Wir müssten den da zurückrufen, um zu kämpfen. Aber dazu gleich. Vielleicht finden wir ja noch einen Planeten, der keine Verteidigungssysteme hat, den wir dann übernehmen können. Aber die Planeten werden auch mit der Zeit immer voller. Und irgendwann ist es dann, äh, zu. Alles fertig. So, ähm, zum System. Victim. Okay, sag mal hier. Der hat auch ein Verteidigungssystem. Das bringt doch alles nichts. Ja, dann fliegen wir wieder zurück. Ist ja dann... Wenn ich hier hingehe, hat der ein Schild? Der hat ein Schild? Der hat kein Schild. Oh, wir brauchen da vier. Nee, dann mach ich erstmal den hier vorn. Ist echt ein bisschen übertrieben. Ähm, Forschungseinheit. Andromeda ist fertig. Yay! Refit. Der hat das schon drauf. Okay, cool. Leaf Orbit. Machen wir mal in der Zeit noch eine Forschungsstation. Refit. Perfekt. Also Plasmatron, Plasmatron. Energie ist richtig. Den machen wir noch. Und der ist soweit durch. Lassen wir den One. Den einen bauen. Obwohl er gerade jetzt fertig gebaut war. Aber gut. Kam gerade noch ein Update rein, was drauf gespielt werden musste. In Varsor. Der war das. Und die Hände ist er fertig gebaut. Genau, Andromeda. Dann lass mal Ribolon fliegen. Boah, hast du den Antrieb gesehen, wie weit er gerade geflogen ist? Ein Planetensystem. Oh, der Sainte's Takeover ist fertig. Nehmen wir mal ein Ladegerät. Wir hatten noch einen Planeten übrig, der nichts macht. Oh, der zum Beispiel. Aber der kriegt erstmal Schilde. So, wo haben wir den denn? Da. Den geben wir jetzt zum Beispiel hier. Schau mal da oben. Neun pro Tag. Neun Forschungseinheiten pro Tag. Ich nehme den wissenschaftlichen Durchbruch. Und er hat 13 pro Tag. Er hat sechs hinzubekommen. Quasi zwei Drittel. Ob das immer so gerechnet wird, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall nice. Weil der Planet eh nichts mehr machen kann. Von daher sind diese Projekte ein logischer und sinnvoller Schritt. War das der hier? 56. Ja, das war der. Ne, dann mach ich noch eine Mega-Fabrik hin. Und dann lass ich ihn nochmal bauen. Ein neues, schönes, großes Raumschiff. Es gibt doch immer schöne Gebäude, die man zusätzlich bauen kann. Um, lass mich reden, lügen. Warte. Erstmal das hier abhandeln. Der bekommt... Schwimmt. Das mache ich Orbitalstation. Da habe ich ja den Habitat gebaut. Oh, jetzt, schau mal hier. Und vier Tage für neue Forschung. Beziehungsweise für eine... Technologie, die wir dort finden. Er ist uns gefolgt. Das war nicht sehr clever von dir, mein guter. Kapion, let's... Ich habe aber auch ein Schild. Und ich habe vielleicht auch mehr Energie, weil ich ein großes Schiff bin. Ja, schon kann er nicht mehr schießen. Und er haut ab. Und ich fliege hinterher. Ich hatte auch nur ein Invasionsmodul. Das reicht hier nicht aus. Okay. Wenn wir Plasmatrone haben, brauchen wir auch nicht mehr in die Reichweite von den... Orbitalabschussbasen kommen. Von den Raketenbasen. Hätten wir jetzt noch Landstrecken-Wopper. Da würden uns Gegner mit so einer Taktik auch nichts anhaben können. Weil wir dann genauso weit schießen können. Auf nach Discordia. Du bist hier. Du kannst da nochmal rin. Du bist hier. Small Invaso. Hat der auch... Ja, der Schutzkraft. Auf nach Gasball. Du wirst da hinten beim Krieg gegen den Kableonen gebraucht. Auf den Krieg gegen die Kableonen. Wir werden dich vernichten und... Einheitlich zerstören. Also für das Spiel, man muss auch... Ich gebe es zu. Man muss dafür Geduld haben. Es muss einen Spaß machen. Ansonsten hast du schnell die Lust verloren. Weil, wenn du es selber spielst, du kannst hier einige Stunden drin verbringen. Das ist auch ungelogen. Man sieht es vielleicht nicht so direkt. Weil ich will davon selbst nicht viele Folgen machen. Es würde sonst... Oh, guck mal. Bücherei. Die Frecknatt-Linse. Es nimmt, glaube ich, einen guten Schaden. Wenig Reichweite. Und sehr wenig Energie. Sehr, sehr wenig Energie. Da haben wir noch diese Riesen-Rakete. Mit sehr viel Schaden. Viel Energie, aber... Auch nur einen Slot. Ein Feuer mal... Einmal feuern. Frecknatt-Linse. Nice. Dass wir die schon bekommen haben. Die hat sich gelohnt. Das forschen wir. Okay. 13 Tage. Kriegsschiffs unterwegs. Habitat wird gebaut. Victim. Wo ist Victim? Paragon in Nougat. Ach hier, okay. Dann flieg mal nach dort. Hast ja noch ein Invasionsmodul. Vor allem die Forschungsbilder, die man da kriegt. Discordia, warte. Discordia ist hier. Okay, richtig gemacht. Die Forschungsbilder wie... Lass mich kurz gucken. Das hier. Das riesige Forschungsbild. Da siehst du... Hier strahlt die Energie in Xerxes. Unser Heimatplanet. Yay! Eigentlich müsste der Heimatplanet, glaube ich, ganz unten oder ganz oben sein. Aber ich weiß, in Xerxes haben wir angefangen. Ich hab mir den Namen gemerkt. Gasparl. Wir haben noch... Wo waren denn die Gegner? Die sind in Grisdor gewesen. Wir müssen nach Grisdor. Und der Gegner, der kommt auch nicht ran. Der wird immer wieder zurückgeschickt. Ich warte einfach... Oh, das ist das neue Schiff. Ich glaube, das war sogar ein neues Schiff, was die schon geschickt haben. Oh, die Armen. Forschung. Sechs Tage. Wow. Es dauert so lange. So lange. Gleich haben wir den Planeten auch fertig. Siehst du? Es nimmt doch Form an. Der bekommt wieder Absicherung gegen feindliche Raumschiffe. Und mit den Raumabwehrverteidigungen können wir in den Raum schießen. Und dann sind wir sicher vor Raumangriffe. Sagt einmal Raum, denn Raum nicht dein Raum so klein, dass dein Raum nicht mehr so groß wie ein Raum ist. Äh, was? Äh, weh, ich vergesse den Spruch reinzuschneiden. Der ist cool gewesen. Doof, aber cool. Ja, und genau nach so einem herzzerreißenden Spruch muss ich sagen, gut, dass die Folge vorbei ist. Jetzt können wir alle drüber nachdenken, was der Typ dort von sich gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wartet auf mich und tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank.